Viele Grüße aus Berlin vom Brandenburger Tor. Mit dem gestrigen Tage hat die Rettung Berlins begonnen. Die AfD hat mit 14,1 Prozent bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Die Erfolgsgeschichte unserer Partei setzt sich jetzt auch in der Bundeshauptstadt fort, die wie kaum eine andere Stadt in Deutschland unter den rot-grünen Beglückungsideologien zu leiden hat. Aber damit wird es bald vorbei sein, dank einer starken blauen Einfärbung hier in Berlin in der Zukunft.